So, dann will ich die Orchidee mal auspacken, die ich heute von der Terroristik-Körse in Hamburg mitgenommen habe, von Orchideen Rehbein. Vielleicht nicht länger auf die Folter spannen. Da kann ich schon was erkennen. Ein bisschen was. Mir strömt auf jeden Fall schon ein richtig guter Duft entgegen. Ich habe jetzt nicht mehr eine Duft-Orchidee. Und zwar habe ich mir die Palenotze Violatea Hidwebe mitgenommen. Ehrlich gesagt wollte ich schon richtig lange so eine haben. Und ja, als sie dann heute so vor mir stand, konnte ich da leider nicht widerstehen. Ist die nicht toll? Und der Duft, leider kann ich die nicht übertragen. Der ist auch richtig schön, so ein bisschen zitronig. Auf jeden Fall sehr angenehmer Duft. Und die Blüten, die glänzen so richtig im Licht. Also eine wirklich schöne Pflanze. Schöne, grüne, gesunde Blätter. Glänzende Blätter. Ja, ich freue mich total. Und die kommt jetzt in meine Sammlung. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die findet. Bis dahin, eure Jessica von Orchideen-Fans.de Bis dahin, terug. Bis dahin, würde ich diese